Herzlich Willkommen zu Grundlos Gründe, Ihrem Format mit Substanz und Tiefgang. Das versprechen wir, dass es zur Sache geht, dass wir einen Schritt zurücktreten, dass wir in die Tiefe blicken. Dafür ist dieses Format, auch wenn die meisten sich primär unterhalten lassen wollen, wollen wir hier einen Unterschied ausmachen. Und schön, dass Sie da sind und wenn Sie das Format kennen, dann haben Sie vielleicht sogar bewusst eingeschaltet und es freut uns sehr, dass Sie mit dabei sind. Heute mit einem Thema, das da lautet, der Unterschied zwischen etwas sagen oder etwas erfragen. Wenn Sie sagen, sagen und fragen, was soll der größte Unterschied sein? Nun, wie wichtig ist es Ihnen, selbst etwas zu verstehen, geistig zu durchdringen, also aufzunehmen, also zu lernen? Und wie wichtig ist es Ihnen, das Gelernte dann weiterzugeben, dass es andere verstehen und aufnehmen und geistig durchdringen? Und ist Ihnen bewusst, dass Sie zwei Möglichkeiten haben? Sie können den anderen das sagen oder die Erkenntnis durch Fragen im Kopf des anderen entstehen lassen. Ist Ihnen das bewusst und wie sehen Sie Ihnen das bewusst? Möchten Sie Ideen und Möglichkeiten haben, wie Sie diese unterschiedliche Herangehensweise tiefer durchdringen, tiefer verstehen, besser Erkenntnisse bei sich selbst und anderen auslösen? Oh, das war aber viel. All das machen wir tatsächlich jetzt für Sie, wenn Sie denn bereit sind. Also, wir haben die Hoffnung, dass Sie gedanklich jetzt mit uns mitkommen, dass Sie sich in der Redefalle hoffentlich nicht mehr wiederfinden und dass Sie Ihre Fähigkeit durch Fragen, andere zu erreichen, auf ein neues Niveau bringen. Darum geht es jetzt und hier bei Grundes Gründe. Wenn es Ihnen gefällt, bitte mit anderen teilen, damit Sie es auch erfahren und abonnieren und liken. Jetzt geht's los. Ja, kennen Sie den Satz, ich hab's dir doch gesagt. Und was hat's der andere nicht gemacht? Und Sie haben gedacht, weil Sie es gesagt haben, hätte es der andere auch aufgenommen, durchdrungen, nicht nur verstanden, sogar einverstanden und es auch noch umgesetzt. Ein Klassiker. Was geht da genau vor? Und vor allem, was können wir in uns ändern, aufnehmen, durchdenken, bedenken, um da was, ja, in der Zukunft zu ändern? Das wollen wir jetzt miteinander verörtern und wie immer an diesem Flipchart ein bisschen tiefer betrachten. Sind Sie bereit für ein bisschen Tiefgang? Wollen wir in eine Differenzierung, in eine andere Welt eintreten? Wenn Sie bereit sind, dann legen wir los. Also, wir kennen das natürlich, dass wir jemandem was sagen. Und das ist ja auch wichtig, dass wenn wir eine Erkenntnis haben, dass wir sagen, wie es geht. Und machen wir uns nichts vor, Deutschland ist ein klugscheißer Land. Jeder will es besser wissen und weiß es besser und will Recht haben. Und der obene Zeigefinger, hätte ich dir gleich sagen können. Das kennen wir alle, sind wir alle von genervt, haben wir keinen Bock drauf. Und trotzdem, es gibt so viele Trainer und Coaches, die anderen sagen wollen, was sie machen sollen. Ich frage mich manchmal, ob die das auch alle können. Aber gut, das steht auf einem anderen Blatt. Hier haben wir jetzt das Thema einmal, wie wir Dinge sagen oder wie wir sie erfragen. Und das ist wirklich eine spannende Unterscheidung. Also, wenn wir eine Aussage haben, zum Beispiel, wie xy als Ergebnis entsteht, dann habe ich zwei Möglichkeiten. Und ich sage dem anderen, ich sage es, ich sage es, mach das so, mach das so, 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 dann hast du am Schluss dieses Ergebnis. Und das ist ein Klassiker. Ich kenne einige Top-Führungskräfte, auch Unternehmer, die ein unglaubliches Fachverständnis, Wissen über Themen haben und einfach Ahnung haben, wie es geht, sei es Marketing, sei es Produktentwicklung, sei es Vertrieb, wie auch immer. Wirklich, wirklich beeindruckend. Exzellent. Und meistens, je besser sie sind, umso mehr sagen sie den Leuten, was sie tun sollen. Das Interessante ist, sie haben auf diesem Weg irgendwann mal Befehlsempfänger, ich nenne sie mal Bewunderungsgartenzwerge. Warum heißen die so? Weil natürlich jeder weiß, dass sie wahnsinnig viel Ahnung haben und genau wissen, wie es geht. Und dann wollen die anderen kommen und sagen, ja, ich kann auch was und dann bringen die sich aufs Tablett, aber sie beweisen ihnen praktisch ständig, dass sie in allen Bereichen unterlegen wird. Und gerade diese herausragenden Köpfe, die sind so, dass sie diese Bewunderungsgartenzwerge züchten und dann hören die immer mal auf und sagen, ja, ich gehe hin und sagen, doch, habe ich es jetzt richtig gemacht? Das ist dann das, was bei rumkommt. Nicht gut, nicht schlecht, nicht richtig, nicht falsch. Und auch, wenn es nicht nur ums Ergebnis, sondern vor allem, wie man zum Ergebnis kommt, das ist auch noch so eine Sache, dann kommen wir automatisch in die Schiene rein. Und das ist eine Schiene, die ist unglaublich ausgeprägt. Sagen, wie es geht. Und dann haben wir auf der anderen Seite, das Erfragen. Das heißt, hier ist ein Mensch und der fragt jetzt, was muss passieren, was muss passieren, dass xy entsteht. Und während man hier den Weg vorgibt, heißt das, man geht ans Ende, also man geht praktisch ans Ende vom Ergebnis, und zudem fragen wir sich, wie ist man jetzt da hingekommen. Und durch die Frage entsteht im Kopf des anderen die Antwort. Also ich sage, mach das und das und das und liefer das oder ich frage, was muss passieren, dass das Ergebnis entsteht. und jetzt steht im Kopf des anderen praktisch die identische Antwort. Und das Tolle ist, wenn jemand das kann, dann ist das eigentlich nur noch ein Fleißkärtchen, dass ich mich zurücknehme und die Zeit lasse und gebe es, im Kopf des anderen stehen zu lassen. Jetzt ist es so, dass die Leute hier denken, ich sage es lieber, dann bin ich mir sicher. Und die denken dann auch, das geht schneller. Das stimmt aber nicht, weil im Endeffekt ist das schneller und man macht sich sonst einen Flaschenhals. Machen wir hier die zweite Analogie auf und ich denke, die hilft dann in Summe, dass wir zusammen verstehen, um was es hier genau geht. Machen wir wieder unsere klare Zuordnung, die uns beim mentalen Differenzieren hilft. Also, hier stellen wir Fragen, hier machen wir Aussagen. Hier sagen wir, wie es geht. Hier fragen wir, wie kommst du da hin und im Kopf des anderen entsteht der Weg. Und wenn wir diese beiden Unterscheidungen haben, dann ist natürlich klar, dass wir denken, ja, hier entwickeln wir Menschen. Hier machen wir uns selbst zum Flaschenhals, uns selbst als Führungskraft. Machen wir zum Flaschenhals und je mehr Ahnung sie haben, umso ehrgeiziger, umso bedeutender, umso weiter sie sich entwickelt haben, umso größer ist diese Falle hier. Jetzt wäre die Frage, wenn wir so intelligent sind, dann kriegen wir das ja irgendwann mal raus und sagen, ja, macht ja Sinn, ich mache jetzt nur noch das. Aber die wenigsten machen das. Warum ist das so? Und jetzt kommt eine Falle, in die die meisten reintappen. Sie haben die Hoffnung, dass Sagen reicht. Und das ist immer wieder der Fall, weil es uns nicht schnell genug geht, weil wir merken, die anderen kommen nicht mit, wir hören zu, zack, wir übernehmen den Staffelstab und reden dann, reden, 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 machen eine Pause und dann fängt der andere wieder zu reden und wir merken, dass er vom Bewusstsein her nicht mitgekommen ist. Dann sind wir wieder frustriert. Dann hören wir eine Weile zu, zack, ja, ja, okay, zack und dann, wir haben immer wieder die Hoffnung, dass Sagen reicht, weil wenn wir es gesagt haben, haben wir das Gefühl, wenn der andere da sitzt und wenn er nichts sagt oder vielleicht auch noch nickt, dass er es aufgenommen hat, aber er wird zum Befehlsfänger degradiert und das ist ein klassischer Fehler vor allem von ehrgeizigen, intellektuellen, emotionalen, egal wie, weitentwickelten Menschen. Und diese Hoffnung, immer wieder in diese Hoffnung, diesmal wird es vielleicht, diesmal, diesmal, das sind auch Optimisten, das ist Optimismus, diesmal langt es, tut es nicht. Wenn ich einmal, anstatt zu sagen, mache so und so zu sagen, was muss denn passieren, dass wir das Ergebnis bekommen und dann zurück. Ja, wir könnten das und das. Was macht sie da so sicher? Was macht sie da so sicher, dass es funktioniert? Ja, wir haben schon damals das und das. Okay, welche Ressourcen haben sie bedacht, damit es dann da hinkommt? Ja, die und die und die. Warum sollte es diesmal funktionieren? Weil beim letzten Mal haben wir das Ergebnis, was ändern sie beim diesem Mal, dass es da hinkommt? Das sind alles Fragen, wo der andere, wow, 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 wow. Wo die Spannung im Kopf des anderen entsteht. Das ist unbequem. Aber passen sie auf, dass in nicht Bewunderungsgarten Zwerge, gerade wenn sie viel Ahnung haben, gerade wenn sie so weit vorne sind, ist es gefährlich. Da beschwert man sich irgendwann mal, dass jeder mit jedem Mist zu einem kommt. Habe ich immer wieder, dass Leute sagen, ich möchte das gar nicht, dass die Leute alle zu mir kommen und sagen, doch, möchtest du? Ja, warum? Weil es so ist. Wenn es so ist, willst du es auch. Das ist ein interessanter Satz. Wenn alle wegen jedem Mist zu ihm kommen und sie dann sagen, ich will es eigentlich nicht, stimmt es nicht, weil wenn sie es nicht wollten, würden die Leute nicht kommen. Sie bestätigen sich auf dem unbewussten Weg, wie wichtig sie sind, dass es ohne sie nicht geht und wie bedeutungsvoll sie sind und je ehrgeiziger sie sind, umso mehr ist diese Falle vorhanden. Hat Sinn? Nicht gut, nicht schlecht, nicht richtig, nicht falsch. Das ist so. Also, wenn sie wissen, wie es geht, können sie auch eine Frage stellen, die genau dieses Wissen in den Kopf eines anderen bringt. Sie müssen nur die Fragen stellen, deren Antwort sie eigentlich kennen, sie aber eben so stellen, dass sie auf Augenhöhe mit dem anderen kommunizieren und sich über das Wachstum freuen, das im Kopf des anderen entsteht. und das heißt, dass wir das Interesse wirklich haben, dass sich ein anderer Mensch entwickelt. Hier haben wir das Interesse, vor allem zu zeigen, was wir drauf haben, Daseinsberechtigung. Guck mal, wie gut ich bin. Ehrgeizige Menschen, ehrgeizige Menschen machen das hier. Und dann zurückzutreten und seinen Ehrgeiz in das zu transportieren, dass im Kopf eines anderen etwas entsteht. Das ist nicht leicht. Man muss nichts vor. Aber das ist die Kunst, um die es geht. Wir nennen es Umleiten. Entwicklende Fragen stellen. Im Kopf eines anderen eine Erkenntnis entstehen lassen. Oscar Wilde hat aber gesagt, Fragen sind immer der Mühe wert, Antworten nicht immer. Diese Fähigkeit, die richtigen Fragen in Problemstellungen zu stellen, die fast automatisch dann eine Antwort mit sich bringen. Und das werden Sie merken, sagen, je fähiger Menschen Entwickler unterwegs sind, umso mehr sehen Sie diese intuitive Intelligenz, die sich da entwickelt hat, durch Fragen kreative Prozesse anzustoßen. entwickelnde Fragen stellen oder vorgeben, sagen, wie es geht. Und wenn Sie jetzt denken, man sollte nur Fragen stellen, weit gefehlt. Aber immer ein bisschen mehr in diese Richtung entwickelnde Fragen. Ich glaube, das macht Sinn. Sie können übrigens jedes Führungsseminar mit den Worten anfangen, wir sollten mehr entwickelnde Fragen stellen. das passt fast immer und ist immer ein Treffer. So, ich hoffe, dass ich Sie dafür gewinnen konnte, ein bisschen darüber nachzudenken, wie Sie durch eine Frage im Kopf eines anderen eine Erkenntnis auslösen. Aber bitte nicht als klugscheißer. So auf die Art, na, wie bist du da hingekommen? Das ist keine entwickelnde Frage, das ist eine dominierende Frage. Machen Sie es mit Demut, andere Menschen entwickeln. Und ich bin mir sicher, im Herzen wissen Sie das schon längst. Also, wie gut können Sie entwickelnde Fragen stellen? Und haben Sie eine Möglichkeit gefunden, etwas mehr entwickelnde Fragen zu stellen, etwas mehr im Kopf des anderen die Antwort entstehen zu lassen? Hoffentlich haben Sie da jetzt was für Sie gefunden. und an dieser Stelle, wenn Sie dieses Differenzierungsvermögen, dieses mentale Differenzieren, hier Sagen und Fragen interessiert, dann haben wir noch viele Differenzierungen, wir nennen sie Unterscheidungen, damit Sie nachdenken können, damit Sie eine geistige Anstrengung vollführen. Wir wissen, dass wir anstrengend sind. Wir sind ein mentales Fitnessstudio und hoffentlich gehen Sie ab und zu ins physische Fitnessstudio und dann kommen Sie in unser mentales Fitnessstudio, das heißt die Online Akademie. Ach was, Online Lernwelt, wir garantieren Ihnen eine riesen Potpourri an Differenzierung und Unterscheidung und die Themen sind, wie führe ich mich selbst, wie führe ich Gespräche, wie führe ich andere und ich denke mir auch Sie führen sich selbst und führen Gespräche und führen andere. Also thematisch wird da was drin sein. Die Frage ist, wollen Sie diese geistige Anstrengung haben, dann sind wir Ihr Partner. Warum? Weil wir wissen, dass es nur so geht, das meiste ist Unterhaltung und Entertainment. Denken Sie mal wirklich ernsthaft nach, wie oft es mehr Bestätigung und Unterhaltung ist als Wachstum. Bei uns kriegen Sie Wachstum, bei uns kriegen Sie Futter. und es wäre schön, wenn Sie vorbeischauen in der Online-Lernwelt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, bitte teilen Sie es mit anderen, teilen Sie es, dass unsere Botschaft der Transformation, die Botschaft des Geistigen in Besitz Nehmens des Lebens, mein Gott, was für ein Genitiv, ja, dass diese Freiheit, die der Mensch eigentlich in sich hat, diese Möglichkeit, Bewusster und freier und klarer zu leben und mehr Selbstverantwortung zu übernehmen, das ist es ja am Kern, dass diese Botschaft immer weiter greift. Wir würden uns sehr, sehr freuen. Also, werden Sie der beste Mensch, der Sie sein können und gehen Sie gleich runter in den Link in der Beschreibung auf die Online-Lernwelt. Melden Sie sich an, probieren Sie es aus und gehen Sie regelmäßig ins mentale Fitnessstudio. Ihr Boris Grundl. Satz Satz ,